Polizeiberichte Berlin 27. Oktober 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Mann von Motorroller gezerrt Nummer 2067 In Neukölln wurde ein Mann gestern Abend von seinem Roller gezogen und ihm dieser im Anschluss geraubt. Von einem Grundstück an der Hasenheide kommend, hielt der 61-Jährige gegen 21.15 Uhr vor einer roten Ampel, als zwei aus Richtung des nahegelegenen Parks kommende Männer ihn unvermittelt angriffen. Dabei zerrten die Unbekannten an seinem Pullover und brachten ihn und den Roller zu Fall. Am Boden liegend, erhielt der Mann erst einen Schlag gegen seinen Helm und merkte dann, wie einer der Tatverdächtigen ein Reizstoffsprühgerät zückte. Selbiges entleerte er nunmehr in Teilen im Helm. Anschließend stiegen der Sprüher und sein Komplize auf den Motorroller und flüchteten in Richtung Hermannplatz. Der 61-Jährige erlitt bei dem Angriff Reizungen der Atemwege und klagte über eine eingeschränkte Sehfähigkeit. Seine Verletzungen wurden noch am Tatort durch die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens behandelt. Im Rahmen der Ermittlungen, die das Raubdezernat der Polizeidirektion 5, City, übernommen hat, wurde das Zweirad zur Fahndung ausgeschrieben. Bericht, man stirbt bei Wohnungsbrand. Nummer 2068 Gestern Abend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Mariendorf alarmiert. Gegen 21.40 Uhr hörte ein Bewohner des Hauses in der Dido-Straße laute Geräusche aus der Wohnung eines 30-jährigen Nachbars. Eintreffende Einsatzkräfte stellten Dichten, schwarzen Qualm fest, der aus der in der im Parterre gelegenen Wohnung drang. Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Brandbekämpfer drangen in die Wohnung ein und stellten ein in Vollbrand stehendes Schlafzimmer fest. Während der Löscharbeiten bargen die Einsatzkräfte den 30-jährigen Mieter dieser Wohnung, der unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht wurde und dort wenig später verstarb. Andere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Sie dauern an. Bericht Streit zwischen jungen Frauen eskaliert, zwei Polizisten verletzt. Nummer 2069 Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung zum U-Bahnhof Schlesisches Tor alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll es gegen 12.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei jungen Frauen gekommen sein, die sich flüchtig kannten. Im Verlauf des Streits soll die 18-jährige Tatverdächtige ihrem 19-Jährigen gegenüber eine leere Glasflasche an den Kopf geschlagen haben. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, versuchte sie sich der Identitätsfeststellung zu entziehen und spuckte um sich. Um dies zu unterbinden, wurde ihr eine Spuckschutzhaube aufgesetzt und Handfesseln angelegt. Bei dem Versuch, die Schutzhaube während der Fahrt zum Krankenhaus zu richten, verbiss sich die Tatverdächtige in den Daumen eines Beamten. Ein weiterer Beamter wurde bei dem Versuch, die Tatverdächtige im Fahrzeug zu fixieren, leicht an der Hand verletzt. Die 18-Jährige wurde zur stationären Behandlung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Beide verletzten. Beamten wurden ambulant im Krankenhaus versorgt und traten anschließend vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City, übernommen. Bericht, Frau Transphob beleidigt und geschlagen Nummer 2070 Einsatzkräfte der Polizeidirektion 5, City, wurden in der vergangenen Nacht in die Mühlenstraße nach Friedrichshain alarmiert. Dort zeigte eine junge Frau an, dass sie sich gegen 23.30 Uhr in einer Grünanlage in der Nähe einer Bar mit einem Mann getroffen hatte. Die 22-Jährige gab an, dass der ihr erst seit einem Tag bekannte man sie unvermittelt ins Gesicht geschlagen und Transphob beleidigt haben soll. Sie habe sich mit einem Faustschlag zur Wehr gesetzt und soll daraufhin von dem 23-Jährigen zudem mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Anschließend soll der flüchtige Bekannte mit zwei Begleitern die Grünanlage verlassen haben. Einsatzkräfte trafen die drei Männer in Höhe Schlesisches Tor an und nahmen den 23-Jährigen fest. Die 22-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Festgenommene wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Blutentnahme aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung mit transphobem Hintergrund dauern an und wurden von einem Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht Raubüberfall auf Spätkauf Tatverdächtiger gesucht Nummer 2071 Mit der Veröffentlichung von Bildern fahndet die Polizei Berlin nach einem Mann, der am Abend des 14. März 2022 einen Spätkauf in der Hobrechtstraße überfallen haben soll. Ersten Erkenntnissen nach soll der Unbekannte gegen 21.40 Uhr eine Angestellte mit einem Küchenmesser bedroht und die Herausgabe von Geld, Zigarettenschachteln und ihre Mobiltelefonen gefordert haben. Nachdem die Frau dem Nachgekommen war, flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben. Circa 40 bis 50 Jahre alt. CA.170 bis 175 cm groß. Normale Figur Bart Schwarze Mütze auf dem Kopf mit dem Emblem JBK des türkischen Fußballvereins Besiktas. Soll Blut an den Unterarmen gehabt haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen. Wer kennt den abgebildeten Mann, kann Angaben zu seiner Identität oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nehmen die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 in der Friesenstraße 16, Haus 2, 10965 Berlin, unter der Telefonnummer 030 4664-573.100, innerhalb der Bürodienstzeiten, oder unter der Telefonnummer 030 4664-571.100, außerhalb der Bürodienstzeiten, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Bericht Transphobe Attacke angezeigt Tatverdächtige identifiziert Nummer 2072 Die zwei Tatverdächtigen zu einer Körperverletzung und Beleidigung, die Mitte April am Hermannplatz stattgefunden haben, konnten nach mehreren übereinstimmenden Hinweisen aus der Bevölkerung namhaft gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes dauern an. Meldung Nummer 2065 vom 26. Oktober 2022 Transphobe Attacke angezeigt Tatverdächtige mit Fotos gesucht In den frühen Morgenstunden des 16. April soll eine Frau am Hermannplatz mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein, woraufhin sie bewusstlos zu Boden ging und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zuvor sollen sie und ihre Begleitperson von denselben jungen Männern transphob beleidigt worden sein. Trotz intensiver Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes gelang es bislang nicht, die drei Tatverdächtigen zu identifizieren, weswegen die Polizei Berlin nunmehr um Mithilfe bei der Suche nach den beiden mutmaßlichen Haupttätern bittet. Erstmeldung Nummer 0845 vom 16. April 2022 Transphobe Attacke angezeigt Heute früh wurden eine Körperverletzung und eine Beleidigung in einem Krankenhaus in Neukölln angezeigt. Nach den Aussagen der Betroffenen waren die beiden 40- und 31-Jährigen kurz nach 4 Uhr am Hermannplatz unterwegs, als sie von mehreren Jugendlichen transphob beleidigt wurden. Das Paar soll dann die vierköpfige Gruppe zur Rede gestellt haben, woraufhin das 40 Jahre alte Opfer einen Faustschlag von einem der Jugendlichen erhalten haben soll und bewusstlos zu Boden gegangen sei. Die Gruppe sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Die attackierte Person kam kurz darauf wieder zu sich und begab sich mit der Begleitung ins Krankenhaus, wo eine ambulante Behandlung der beim Sturz erlittenen Kopfplatzwunde erfolgte. Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen. Die